Hallo liebe Anleger und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Robin und dieses Mal werfe ich einen genaueren Blick auf unsere Top-Themen und Aktien im April. In diesem Video stelle ich euch die Themen grundsätzlich vor und gebe euch einen kurzen ersten Einblick. Zu allen Themen wird es dann im Verlauf des Monats ausführliche Beiträge auf unserer Seite geben. Diese sind natürlich komplett kostenlos lesbar und den Link zu unserer Seite findest du unten in der Videobeschreibung. Für alle, die bis zum Ende dranbleiben, gibt es zudem noch eine Aktie, die unsere Redaktion in diesem Monat besonders spannend findet. Aber jetzt lass uns erst mal starten. In den letzten Jahren stand vor allem bei Kryptowährungen das Thema des Stromverbrauchs und damit auch die Frage der Nachhaltigkeit stark im Fokus. Vollkommen unabhängig von Kryptowährungen wird jedoch überhaupt nicht über das Internet an sich gesprochen. Bis 2025 wird der Datenverbrauch im Netz wohl so stark ansteigen, dass das Internet rund 20 Prozent des gesamten weltweiten Stroms verbraucht und für 5,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Im Hinblick auf die Erhaltung unseres Planeten muss also die Frage gestellt werden, wie können wir das Internet nachhaltig gestalten? Eine Lösung, welche den Stromverbrauch insgesamt drosselt, sind hier tatsächlich die Cloud-Services. Diese kann man sich im Prinzip wie Fahrgemeinschaften vorstellen. Anstatt dass jedes Unternehmen seine eigenen Serverinfrastrukturen aufbaut und betreiben muss, mieten sie einfach Kapazitäten bei einem zentralen Anbieter. Dieser Zusammenschluss führt dazu, dass Cloud-Anwendungen effizienter sind und in Summe die Energie pro Nutzer bei Cloud-Anwendungen geringer ist, als wenn jeder eine eigene Infrastruktur aufbauen würde. Die führenden Anbieter wie Microsoft, Amazon und Elphable sind sich bereits heute ihrer Verantwortung bewusst und arbeiten mit hochmoderner und damit auch energieeffizienter Technik. Das ist am Ende natürlich auch nicht ganz uneigennützig, denn weniger Energieverbrauch bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch weniger Kosten und damit einen Wettbewerbsvorteil bzw. mehr Gewinn. Vorreiter ist besonders Elphabit mit ihren Google-Services. Diese arbeiten bereits heute zu 100% mit erneuerbarer Energie. Was sonst noch alles in diesem Bereich getan wird und wie Microsoft bis 2030 sogar Kohlenstoff negativ arbeiten möchte, erfahrt ihr im Laufe des Aprils bei uns auf der Seite. PayPal kennt ja gefühlt jeder. Die Amerikaner bieten vor allem für Verbraucher einen super einfachen und schnellen Weg, Zahlungen durchzuführen. Mittlerweile kann man fast überall mit PayPal bezahlen. Mit dem ehemaligen Mutterkonzern eBay hat PayPal jedoch im vergangenen Jahr einen der wichtigsten eigenen Kunden verloren. eBay möchte stattdessen in der Zukunft mit dem niederländischen Anbieter Adyen zusammenarbeiten. Adyen agiert im Vergleich zu PayPal eher im Hintergrund und ist daher der breiten Masse der Bevölkerung nicht bekannt. Das Geschäftsmodell beruht darauf, für große Unternehmen im Hintergrund die Zahlungen abzuwickeln. Wenn du Kunde bei Netflix, Spotify oder Uber bist, dann wurde auch deine Zahlung bereits von Adyen abgewickelt. Auf den ersten Blick verfolgen Adyen und PayPal zwar ein ähnliches Geschäftsmodell, sie wickeln Zahlungen ab, aber trotzdem haben sie sich jeweils auf verschiedene Bereiche in diesem Markt spezialisiert. In diesem Monat schauen wir uns den Markt der Zahlungsdienstleister deswegen mal ganz genau an, betrachten mögliche Chancen und Risiken und arbeiten heraus, ob und wie die verschiedenen Anbieter koexistieren können. Los geht's damit bereits an diesem Donnerstag, dem 7. April, mit einem Artikel, in dem wir die zukünftigen Wachstumspläne von Adyen aufzeigen. Unser drittes großes Thema bezieht sich auf die Dominos-Aktie. In den beiden Pandemiejahren konnte der Konzern von dem Aufwind der gesamten Branche profitieren. Viele Konsumenten sind aufgrund der Lockdowns und Restaurantschließungen auf Lieferdienste ausgewichen und holten ihr Essen im Lokal ab. Zwei Geschäftsfelder, auf die sich Dominos spezialisiert hat. Dieser Sondereffekt hält aber nicht ewig an. Denn das alltägliche Leben normalisiert sich ja zum Glück wieder Stück für Stück. Daher stellt sich nun natürlich die Frage, wie soll es in den kommenden Jahren weitergehen? Welche Pläne hat Dominos, um weiter zu wachsen? Und die Antwort von Dominos darauf ist im Vergleich zu anderen Fastfood-Ketten sehr spannend. Man möchte vor allem innovativ sein und neue technologische Lösungen finden, um das Kundenerlebnis weiter zu optimieren. Diesen Punkt haben sie sogar in ihren sechs wichtigsten Werten verankert. Dadurch ist Dominos mittlerweile schon fast ein Tech-Konzern, also alles in Anführungsstrichen, geworden. Gerade die eigene App steht in diesem Zusammenhang im Vordergrund. In diesem Monat schauen wir uns daher genau an, wie Dominos es geschafft hat, sich als Technologieführer im Lieferdienstmarkt zu etablieren und wie man diese Position in der Zukunft zum eigenen Vorteil nutzen möchte. Wie am Anfang versprochen, kommen wir jetzt noch zu einer Aktie, die man in diesem Monat vielleicht mal im Auge behalten sollte. Und passend zu unserem dritten Thema geht es dabei um die Aktie der amerikanischen Pizzakette Dominos. Ausgesucht hat die Aktie dieses Mal unser Redakteur Julian. Dominos ist die weltweit größte Pizzakette, litt in den letzten Monaten jedoch stark unter der anhaltenden Inflation. Sogar bereits veröffentlichte Werbeangebote mussten wieder eingestampft werden, die Kosten waren einfach durch die steigenden Lebensmittelpreise zu hoch. Beispielsweise kamen statt 10 mit einem Mal nur noch 8 Chicken Wings in die 8 Dollar Buckets. Die Folge umsatte 27 Prozent sackte der Aktienkurs in diesem Jahr bereits ab. Und kurzfristig scheint das Marktumfeld erstmal schwierig zu bleiben. Mit dem Krieg in der Ukraine, der Kornkammer Europas, könnte das Preisniveau weiter steigen. Bislang war das Geschäft des Pizzakonzerns recht krisensicher. Während der Coronazeit profitierte man sogar stark, denn während der Lockdowns bestellten viele Leute verstärkt bei Lieferdiensten. Aktuell spricht jedoch vieles dafür, dass 2022 kein weiteres Rekordjahr für Dominos wird. Mehr Aufschluss darüber wird Ende April ein erster Lagebericht zum Zustand der aktuellen Geschäfte geben. Denn dann veröffentlicht Dominos seine Zahlen für das erste Quartal. Wir werden natürlich genau hinschauen, wenn sich das Management zu den aktuellen Problemen äußert. Vor allem, wie will man langfristig auf die Probleme reagieren? Auch wenn sich das erst einmal gerade kurzfristig nicht so gut anhört, so ist auf einen Trumpf langfristig weiter Verlass. Dominos ist längst mehr als ein reiner Pizzalieferdienst. Dominos ist ein Tech-Leader in der eigenen Branche. In Sachen Liefertechnologie ist der Konzern ganz vorne mit dabei. Um davon in Zukunft profitieren zu können, sollte natürlich das Kerngeschäft profitabel arbeiten. Und genau deshalb wird es bei Dominos jetzt so spannend. Kurzfristig müssen Probleme gelöst werden, langfristig stimmt jedoch das Fundament und wenn man es schafft, die kurzfristigen Probleme zu lösen, könnte es schnell wieder aufwärts gehen. Neben diesen drei Themen halten wir euch natürlich auch über alle weiteren Entwicklungen rund um die langfristig erfolgreichsten Aktien auf dem Laufenden. Dazu gehört natürlich auch die Mitte April beginnende Berichtssaison. Wie gewohnt schreiben wir zu jedem Unternehmen unserer Top 50 Aktien zeitnah nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen eine Einordnung aus langfristiger Perspektive. Jetzt würde es mich aber noch freuen, wenn du uns kostenlos mit einem Daumen nach oben unterstützen würdest, falls dir das Video gefallen hat. Feedback, Kritik und Anmerkungen wie immer gerne in die Kommentare. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, hau rein und ciao! Danke!